Ich sehe das positiv, dass es viel Verkehr auf der Autobahn gibt, weil das natürlich eine Initiative war aller Gemeinden, diesen Verkehr von den Gemeindestraßen auf die Autobahn zu bringen, weil die Autobahn bei uns im Rheintal ist ja mehr oder weniger eine Stadtautobahn und es ist sehr positiv, wenn diese natürlich benutzt wird. Auf der anderen Seite wissen wir, haben in der Vergangenheit viele Unfälle stattgefunden. Die ASFINAG hat auch schon einige Maßnahmen getroffen. Wir sind hier in ständigem Austausch mit der Polizei, mit dem Land Vorarlberg, mit der ASFINAG, wie hier die Situation sicherstmöglich gestaltet werden kann. Was natürlich schon länger im Gespräch ist und auch von der Polizei sehr stark gewünscht wird, ist eine Verkehrsbeeinflussungsanlage. Die könnte natürlich hier einen Schritt weiterhelfen. Wie gesagt, das ist hier nicht das große Problem. Es gibt Autobahnen, wo das Verkehrsaufkommen noch viel größer ist. Also dem wird man sicher Herr werden. Aber wichtig ist es, dass man hier die Unfälle analysiert, was man auch in den letzten Jahren gemacht hat und dann eben neue Maßnahmen setzt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.